Heute ist der Shrimpseimer-Abend. Ins Stadion gebracht von Rockos lauwarmen Kühllastern. Rockos, geliefert haben wir es, oder? Dieses Kinderstrand-Spielzeug voller grauer Baseballstadion-Krustentiere liegt mir irgendwie im Magen. Vielleicht sollte ich zum ersten Mal im Leben eine Zigarette rauchen. Okay, hilft gerade nicht, aber es ist definitiv etwas, das ich ab jetzt für immer tun will. Am besten kippe ich was heißes Säurehaltiges obendrauf. Verbrannter Kaffee! Verbrannt und wieder aufgewärmt aus der Mikrowelle! Ich nehme einen! Oh Mann! Mr. Peter Schmidt, ich glaube, ich muss kurz auf die Toilette, aber... Nicht jetzt, wir spielen die Nationalhymne! Oh Mann! Da drin rumort's wie auf dem Haupt der Medusa. Ich kann's nicht aufhalten. Muss in ne Position, die meine Rosette irgendwie verschließt. Oh Mann! Sieht aus, als ob Coach Peter Griffin während eurer Nationalhymne kniet. Ich bin Kanadier, also ich wär angefressen. Was macht er da? Protestiert er gegen die Nationalhymne? Oh oh. Shrimps, Ima! All you can eat shrimps! Hier, Kumpel. Du wirst nicht dümmer, wenn du größer wärst. Du bleibst so, wie du bist. Also, viel schlauer als ich. Du meinst also, dass meine miserable, zusammengematschte Griffin-DNA irgendwie dafür sorgt, dass ich intelligent bin? Ja, ich glaub schon. Nun ja, möglich wär es. Gut, das heißt, es bleibt nur noch eins zu tun. Und was? Durch deine Reise hierher hast du eine neue Zeitachse erschaffen. Und damit jetzt alles wieder normal wird, musst du dein Ich aus der Vergangenheit im Klo ersäufen. Hey, Stewie. Warte, 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 ich hab falschrum überlegt. Was? Ersäuft werden muss dein Ich aus der Zukunft. Du bist zurückgekommen. Du bist die neue Zeitachse. Oh, komm schon. Hey, ich sagte, ich bin schlau. Ich bin nicht perfekt. Tu's, tu's einfach. Tu's, tu's einfach. Yeah, ja, 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 so stimmt's. Es geht doch nichts über einen Lokalsender, der mich daran erinnert, dass ich zu wenig verdiene, um mir Satellitenradio leisten zu können. Hey, hey, Sie hören WQHG 97.1 und wir sind Devin und Lawrence, früher bekannt als Weenie and the Butt. Ganz genau, Devin. Diese Spitznamen gehen gar nicht mehr, seit einige Frauen jeden von uns wegen sexueller Belästigung angezeigt haben. Devin und Lawrence! Sexual Misconduct 97.1 FM Unbenannt, um Weenie and the Butt zu vergessen. WQHG 97.1 Das war krass. Me too, me too, me too. But there were still six months on their contract. Overlooking that for now. FM! Devin, Devin, Devin und Lawrence! Kinder, wo ist euer Vater? Das ist von ihm. Falls Van Halen anruft, sagt ihn, sie sind cool. Was? Haben Sie angerufen? Peter, was machst du denn da? Wie du wolltest, war ich in der Bücherei und hab mir 1984 reingezogen. Wahnsinnsbuch. Peter, ich hab ein Problem mit deiner neuen Van Halen-Phase. Ja, Dad, das ist verrückt. So wie wenn John F. Kennedy mit nem Leihwagen durch Dallas fährt. Und, wie hat das Cabrio Ihnen gefallen? Ich, äh, ich weiß nicht. War ganz gut. Okay. Und haben Sie auch nichts im Wagen hinterlassen? Äh, so gut wie nichts. Du sagst, Chris hat dir das Leben gerettet? Das sollten wir anständig feiern! Werft alle Konfetti und versaut dem Hausmeister das Wochenende! Hey, ich schaff's dieses Wochenende nicht. Oh, du verpasst den großen Hausmeister-Ball. Unsere letzte Chance, vor dem Hausmeister-College ne Braut flach zu liegen. Glaubst du, ich weiß das nicht! Ich versteh nicht, was los ist. Ehrlich nicht. Wieso, wieso gehst du noch Starboard, wenn ich Backboard sag? Hör zu, warum mach ich nicht die Knoten und du polierst das Deck? Kriegst du das hin? Was, du willst das Deck auf der Louvre-Seite polieren? Tja, ich kann... Ist der... Ist der Typ echt so blöd? Das gibt ne Riesensauerei, du musst auf der Lee-Seite anfangen. Entschuldige! Gut, nicht so schlimm. Mach ne Pause. Ich hab dir ein Penthouse-Magazin in die Achterkabine gelegt. Oh, auf einmal sind wir Popeye! Okay, denkt dran, dass ihr die richtigen Toiletten benutzen müsst. Entweder die für Körtel oder die für Haufen. Entschuldigen Sie bitte, was ist mit grüner Pampe? Oh, äh, ich bin Wombat. Was, wenn meine Kacke aus perfekten Würfeln besteht? Das ist wahr, Sie können's googeln. Ist wirklich beeindruckend. Okay Gott, wir sind am Start. Gut, du hast alle Tiere dabei? Ja. Löwen? Ja. Tiger? Ja. Spinnen? Mhm. Warte, warum sagst du das so? Hast du keine Spinnen dabei? Ich mag keine Spinnen. Und technisch gesehen sind's keine Tiere, sondern Arachnoide. Lass das. Was denn? Du weißt, was ich meine. Schlangen? Ach, komm schon! Ich hab voll viel anderes dabei. Und nun wieder Suits. Aus Höflichkeit gegenüber den hart arbeitenden Darstellern und dem Team bitten wir Sie, nicht auf Ihr iPad zu gucken, während die Serie läuft. Okay, find ich gut. Guten Morgen allerseits. Wie sieht unser Fall aus? Wir können den Angeklagten kaum schützen. Ist das ein Drama oder eine Komödie? Weiß nicht, googeln wir's. Acht Staffeln? Gedreht in Toronto. Es gibt ne japanische Fassung. Andere in Toronto gedrehte Serien. Handmaid's Tale, Shadowhunters. Was ist Shadowhunters? Weiß nicht, googeln wir's. Leute, bitte. Die geben sich hier wirklich Mühe. Keith? Keith, was ist mit dir? Er heißt Chris, du Idiot. Mary, was ist passiert? Rektor Shepard hat Chris vor allem bloßgestellt, weil er dick ist. Oh nein! Lass dich nicht verunsichern. Nur so gewinnt er den Titel des drallsten Burschen auf dem Volksfest. Peter, das ist eine ernste Sache. Der Wettbewerb auch. Schule sollte ein sicherer Ort sein, an dem sie manchmal angeschossen, aber nicht erniedrigt werden. Peter, hörst du mir überhaupt zu? Wir wollen den Siegestanz! Well, he's a big big boy, a big boy, a big 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 big boy. Aha. Also, die durchgeknallte Ex-Freundin singt diesen saukomischen Song. Aha. In dem geht's nur um ihre Tage. Aber der andere Typ, den sie beeindrucken will, der die Social Media App entwickelt hat, kommt rein, während sie singt. Und jetzt steht er auch nicht mehr auf sie. Aha. Holst du mir noch Salsa? Aha. Brian, holst du mir noch Salsa? Ah, oh ja. Ja, entschuldige, mach ich. Gib nur noch die milde. Tut mir leid, dass es dich so ekelt, aber sie haben nur noch die. Gehst du jetzt drauf, nur weil du milde Salsa isst? Komm schon! Warte, bist du... Oh mein Gott. Oh mein Gott, erstickst du? Sie, äh, kann wer... Ich war ein... Heimlich-Manöver. Wie macht man das, Heimlich-Manöver? Komm schon, komm schon! Verdammt, ich hab einen Song von Heim auf meinem Handy und jedes Mal, wenn ich Heimlich-Manöver... Oh mein Gott, Notruf 911! Verdammt, Fox, versau uns nicht den Augenblick nur, um dein Medienimperium zu vergrößern! Ah, Son of Zorn. Tja!